Die Zeit schlägt dich tot! Sie schlägt dich tot! Sie schlägt dich tot! Tot, tot, tot! Die Zeit schlägt dich tot! Die Zeit schlägt dich tot! Sie schlägt dich tot! Tot, tot! Dies ist die Stadt. Hierher kommen wir also, um zu leben. Ich meine eher, es stört sich hier. Es riecht nach Pommes, nach Judeform, nach Angst. In der Stadt riecht es im Sommer nach Angst. Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen, dick, grünlich, mit deutlichem Ausschlag auf der Stirn. Es schläft, der Mund ist offen und atmet Pommes Fritz, Judeform und Angst. Einsam, 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 einsam. Wir sind Staubkörner auf der Oberfläche. Staubkörner, die nicht mithalten können. Und deswegen müssen wir ein Äußerstes an Eigenheit, an Eigenheit, an Besonderem aufgehen. Ich habe solche Zähne. Wir haben die Frage für die Antwort gehalten. Das darf uns natürlich hier nicht verankern. Wir haben die Frage für die Antwort gehalten. Das darf uns natürlich hier nicht verankern. Ich habe die Frage für die Antwort gehalten. Warum das Gehalten? teaser ett Ich liebe das Krocken.